Musik kann dein Leben verändern und somit herzlich willkommen an der privaten Musikschule Moosebob. Es freut uns sehr, dass du dich für unsere Musikschule interessierst. In diesem Video erfährst du alles rund um unsere Schule und über unser Unterrichtskonzept. Anschließend zeigen wir dir, wie du dich erfolgreich bei uns anmelden kannst. Seit Gründung der Schule im Jahr 1994 ist die Moosebob zur größten privaten Musikschule der Steiermark gewachsen. Und der Erfolg gibt uns Recht. Tausende zufriedene Schülerinnen und Schüler haben durch unsere jahrelange Erfahrung und unser ausgezeichnetes Lehrerteam bereits erfolgreich ein Instrument erlernt. Und das nach modernstem Konzept. Die Freude am Instrument und der Spaß am Erlernen haben bei uns höchsten Stellenwert. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind stets bemüht, den Unterricht individuell und praxisnahe zu gestalten. Das heißt, wir verfolgen keine starren Lehrplaninhalte, sondern arbeiten nach einem Rahmenlehrplan, welcher genug Raum zur freien Gestaltung lässt. Auch Wünsche seitens der Schülerinnen und Schüler werden gerne im Unterricht verwirklicht. Und es ist wichtig, dass die angehenden Musiker viele Musikstile kennenlernen, denn nur so können sie später eigene musikalische Interessen bestmöglich verfolgen und umsetzen. Eine Frage, die sich viele Eltern stellen. Ab wann kann mein Kind welches Instrument erlernen? Bereits ab fünf Jahren besteht die Möglichkeit, mit Spielmusik zu starten. Wir haben hier eine kleine Grafik als Richtlinie erstellt. Diese kann jedoch nach Kind und Reife variieren. Hier werden die Kinder in Kleinstgruppen mit Spaß zur Musik gebracht. Mit kleinen Keyboards, Trommeln und Orfinstrumenten werden erste Noten und Takte spielerisch erlernt. Ab dem sechsten Lebensjahr kann man Instrumente wie Blockflöte, Querflöte, Klavier-Keyboard, steirische Harmonika, Akkordeon oder auch das Schlagzeug erlernen. Erst ab sieben bis acht Jahren kommen dann weitere Instrumente wie klassische Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Hackbrett, Saxophon, Klarinette und viele mehr dazu. Viele Erwachsene erfüllen sich bei uns ihren Kindheitstraum und erlernen ein Instrument oder nehmen Gesangsunterricht und Stimmbildung. Neben dem regulären Unterrichtsmodell bieten wir speziell für Erwachsene auch diverse Kurse an. Vom Gitarrenspiel für Anfänger in Gruppen bis hin zu Trommelworkshops ist für jeden Musikliebhaber das Richtige dabei. Auch Profis und vorgeschrittene Musiker lassen sich bei uns fortbilden. Wie im Video ersichtlich bieten wir verschiedenste Gesangs- und Instrumentalfächer an. Als finanzielle Unterstützung fördern viele steirische Gemeinden den Musikschulbeitrag mit bis zu 60%. Unsere Standorte findest du auf unserer Homepage. Übrigens, solltest du noch kein eigenes Instrument besitzen, verleiht der Schulverein Klangart bei Mitgliedschaft Instrumente wie Gitarren, Drums, E-Pianos, Keyboards und steirische Harmonikas. Außerdem kann man über unsere Partner neue Instrumente zu besten Konditionen kaufen. Und nun zum Abschluss die Schritte zur Anmeldung. Geh bitte auf unsere Homepage musspop.com Anschließend auf den Reiter Online Anmeldung. Hier öffnet sich unser Datenblatt. Die Anmeldung ist ausschließlich für neue Schülerinnen und Schüler. Nun sind noch alle Felder auszufüllen, wobei wichtig ist, vor der Anmeldung unser Infoblatt durchzulesen. Jetzt bitte absenden. Fertig. Interesse geweckt? Dann zögere nicht. Melde dich an. Wir freuen uns jetzt schon auf viele musikalische Stunden mit dir. Wir freuen uns jetzt schon auf jeden Fall. Wir freuen uns jetzt jetzt bei euch. Vielen Dank.